Hallo zusammen, hier ist Sascha vom BeSecure-Team. Bei BeSecure setzen wir uns für eine sichere und positive Internetnutzung bei Kindern und Jugendlichen ein. Dies ist das dritte von sechs interaktiven Videos, die sich um unsere speziellen Smart-Regeln drehen. Hier sind sechs einfache Tipps, die euch helfen, sicher im Internet unterwegs zu sein. Vielleicht habt ihr sogar schon mal davon gehört. Natürlich erfahrt ihr hier nicht alles, was ihr wissen müsst. Aber wir glauben, dass es ein guter Anfang ist. In diesen Videos werden wir euch viele Fragen stellen und euch Zeit lassen, damit ihr euch über eure Ideen austauschen könnt. Es wäre wirklich toll, wenn Erwachsene und Kinder diese Videos zusammen durcharbeiten könnten. Achtet auch auf unsere drei Challenges am Ende. In diesem Video werde ich euch die A-Regel erklären. Dann legen wir mal los. Zuerst möchte ich, dass ihr überlegt, worum es bei der A-Regel eigentlich geht. Ihr habt zehn Sekunden Zeit zum Überlegen und um zu raten, wofür das A steht. Okay, was meint ihr, wofür das A steht? Ist es vielleicht A für Ameise? Oder A für Avocado? Wie wär's mit A für Astronaut? Das sind zwar alles tolle Sachen, aber A steht für akzeptieren. Bevor wir uns die A-Regel und das, was akzeptieren bedeutet, näher ansehen, scheint Sammy eine Frage an uns zu haben. Mal sehen. Sammy will wissen, was eure Lieblingswebseite, App oder Videospiel ist. Gute Frage, Sammy. Hier bei B-Secure denken wir gerne über die vielen positiven Dinge im Internet nach. Lasst uns zehn Sekunden lang überlegen. Okay, was ist es bei euch? Ich fand es ganz schön schwer, nur eins auszuwählen, denn man kann online so viel Tolles machen. Ich habe mich für Video-Apps entschieden. Die Auswahl ist riesig. Ich schaue gerne Serien auf meinem Smart-TV. Was magst du am liebsten, Sammy? Ah, du spielst gern Online-Aufbauspiele mit deinen Freunden? Das klingt nach einer Menge Spaß. Aber genug jetzt davon. Widmen wir uns wieder der A-Regel. Wie bereits gesagt, steht A für akzeptieren. Ich habe das Gefühl, dass das Wort ziemlich oft vorkommt, wenn ich im Internet bin. Ich sehe auch andere Wörter, die häufig die gleiche Bedeutung haben. Zustimmen, annehmen, bestätigen oder sogar OK. Und manchmal klicke ich Häkchen, Pfeile oder Kästchen an, um etwas zu akzeptieren. Jetzt ist es an euch, nachzudenken. Bitte überlegt, wann ihr das Wort akzeptieren oder eins der anderen Beispiele online gesehen habt. Ich gebe euch 20 Sekunden Zeit zum Überlegen. Aber wenn ihr mehr Zeit braucht, dann haltet das Video an. Drückt dann erst Play, wenn ihr soweit seid. Okay, super! Was ist euch eingefallen? Wir werden online ganz häufig gebeten, etwas zu akzeptieren. Stimmt's? Mir ist eingefallen, dass mir etwas passiert ist bei der Nutzung meiner neuen App. Ich erzähle es euch mal. Vielleicht sind sogar ein paar von euren Beispielen dabei. Zuerst musste ich dem Download auf meinem Gerät zustimmen und auf OK klicken. Als ich die App dann geöffnet habe, musste ich die Nutzungsbedingungen lesen und akzeptieren, um mein Benutzerkonto zu erstellen. Und als ich die App benutzt habe, wurde ich gefragt, ob ich ein Item kaufen will. Ich konnte zustimmen oder ablehnen, indem ich auf das Häkchen oder das Kreuz klickte. Mir ist bei all diesen Beispielen aufgefallen, dass ich jedes Mal, wenn ich etwas akzeptieren sollte, die Wahl hatte. Ich konnte zustimmen und es akzeptieren. Diese Wahl ist wirklich wichtig, denn sie zeigt uns, dass wir die Macht haben, zu entscheiden, was passiert, wenn wir online sind. Aber wir müssen erst gut nachdenken, um sicherzugehen, dass wir uns richtig entscheiden. Lasst uns weiter überlegen und uns mit Sammy zusammen drei verschiedene Beispiele anschauen. Seid ihr bereit für das Erste? Super! Das ist ein Chat in einem Spiel. Mal sehen, was da gesagt wird. Der erste Spieler sagt, das Spiel ist so schwer, wie schafft man überhaupt Level 2? Der zweite Spieler antwortet, wie lange spielst du schon? Dann schickt er noch eine Nachricht. Versuch's mal mit dieser Seite. Darauf folgt ein Link zu einer anderen Webseite. Hm, wir haben hier wohl die Wahl. Sollen wir die Hilfe dieser Person annehmen und auf den Link klicken oder nicht? Überlegt, was ihr tun würdet. Das ist eine gute Gelegenheit, um es mit dem Erwachsenen zu besprechen, der bei euch ist. Also haltet das Video an, besprecht die Antwort und drückt auf Play, wenn ihr soweit seid. Okay, was habt ihr beschlossen? Mal sehen, was unser fleißiger Helfer Sammy tun würde. Sammy sagt, wir sollten nicht auf den Link klicken. Ich finde, das ist eine vernünftige Entscheidung, Sammy. Und auf jeden Fall die sicherste. Ihr solltet nie auf einen Link klicken, wenn ihr den Absender nicht kennt oder nicht wisst, wohin der Link führt. Mal sehen, was hätte passieren können, wenn ihr ihn angeklickt hättet. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Richtig, Sammy, man sollte ihn nicht anklicken. Du hast uns vor einem Virus bewahrt, das unser Gerät verlangsamt oder kaputt gemacht hätte. Der Link hätte uns auch etwas Unangenehmes, Trauriges oder Beunruhigendes zeigen können. Danke, dass du das verhindert hast, Sammy. Okay, gut gemacht. Sehen wir uns noch ein Beispiel an. Oh, seht mal, hier ist ein Pop-up, auf dem Gewinner steht. Sieht so aus, als hätten wir Geld gewonnen. Was meint ihr? Sollten wir unsere E-Mail-Adresse eingeben und den Gewinn annehmen? Lasst euch Zeit, überlegt und tauscht euch aus und haltet das Video an, bis ihr bereit seid, weiterzumachen. Okay, was habt ihr wohl beschlossen? Mal sehen, was Sammy tun würde und ob er dasselbe sagt wie ihr. Sammy sagt, nein, wir sollten diesen Gewinn nicht annehmen. Mal sehen, warum. Oh, wir müssen eine E-Mail-Adresse angeben. Wenn ihr das Video zur Essregel mit mir schon gesehen habt, dann wisst ihr vielleicht noch, wie wichtig es ist, dass unsere persönlichen Informationen online sicher sind. Unsere E-Mail-Adresse zählt zu unseren persönlichen Informationen. Daher wollen wir sie unbedingt für uns behalten und hier nicht teilen. Ich denke auch, dieses Pop-up sieht etwas zu schön aus, um wahr zu sein, oder? Hier bei Be Secure sagen wir immer, wenn online etwas zu schön aussieht, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wahr. Deswegen ist es eine gute Idee, zuerst mit einem Erwachsenen zu sprechen, bevor ihr Online-Gewinne oder Gewinnspiele akzeptiert. Super, okay, jetzt kommt unser letztes Beispiel. Ihr macht das richtig gut. Hier ist eine Freundschaftsanfrage von Gamer G14 und wir sollen sie annehmen oder ablehnen. Ich bitte euch heute zum letzten Mal zu überlegen, wie ihr euch entscheiden wollt. Haltet das Video wieder an und drückt auf Play, wenn ihr soweit seid. Okay, was meint ihr? Das ist ziemlich knifflig, oder? Mal sehen, was Sammy tun würde. Sammy sagt, die Antwort hängt davon ab, ob ihr diese Person kennt oder nicht. Wenn es ein Freund aus der Schule oder jemand aus der Familie ist, also jemand, den ihr offline kennt, dann könnt ihr die Anfrage annehmen. Aber wie bei der M-Regel gilt, wenn ihr die Person nur online kennt und es also ein Unbekannter ist, ist es sicherer, das nicht anzunehmen. Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr die Person kennt, dann fragt einen Erwachsenen, den ihr kennt und dem ihr vertraut, bevor ihr die Anfrage annehmt. Eine kleine Erinnerung, was die A-Regel ist. A steht für akzeptieren. Denkt gut nach, bevor ihr online etwas akzeptiert und vergesst nicht, dass es immer eine Alternative gibt. Nein sagen oder wegklicken. Oh, seht mal, Sammy ist mit seinem helfenden Flügel zurück und hat ein paar wichtige Top-Tipps. Akzeptiert online nichts. Wenn ihr nicht wisst, was passiert. Von wem oder woher es kommt. Wenn es ein Trick sein könnte. Oder wenn ihr es nicht erwartet habt. Erzählt es stattdessen einem Erwachsenen, den ihr kennt und dem ihr vertraut. Das kann jemand sein, der zu Hause auf euch aufpasst, ein Lehrer in der Schule oder irgendein Erwachsener, den ihr kennt und dem ihr vertraut. Diese Erwachsenen sind da, um euch zu helfen und wollen dafür sorgen, dass ihr sicherer online unterwegs seid. Gut gemacht, alle zusammen. Jetzt haben wir drei Challenges, den ihr euch vielleicht stellen wollt. Führt in der nächsten Woche ein Tagebuch zum Thema A steht für akzeptieren und schreibt auf, wenn ihr das Wort akzeptieren oder eine Alternative irgendwo seht. Wie könnt ihr entscheiden, wann akzeptieren okay ist und wann nicht? Wer hilft euch, wenn ihr unsicher seid? Nummer zwei, schreibt einen Song oder Rap, mit dem ihr euch A steht für akzeptieren, merkt. Nummer drei, und jetzt, da ihr Experten für die A-Regel seid, könnt ihr ein Quiz entwerfen, um eure Freunde und Familie zu testen, wie gut sie die Regel kennen. Sucht euch die Challenge aus, die euch gefällt oder versucht es mit allen drei. Für die Erwachsenen gibt es auf unserer Webseite besecure.lu noch viel mehr Informationen über Sicherheit im Internet. Danke fürs Zuhören und Mitmachen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss!